Ich bin der B-Maus. Ich hab gedacht, du wolltest auf einer anderen Karte kommen. Achso, ja. Nein! Verdammt, ich konnte nicht mehr wählen. Egal. Nein, jetzt bin ich in der Einladung. Eins. Ich lade dich hier sofort ein. Alles klar. Jetzt machen wir eine halbe Stunde. Zipulzahl ist aus. In Besitzung aufnehmbar. Ja, lieber nicht zu lange. Ich weiß nicht, ob dies hier noch mal kommt. Achso. Ja, der nette Herr, der die Papiere vorbeigebracht hat, war nicht vollständig. Zwecks dem TÜV-Bericht. Ich hab keinen Plan, ob das jetzt dich noch hinzieht oder nicht. Aber weißt du, ich hab jetzt den Clip auch mal gespeichert. Kann ich den mit dir zusammen hochladen? Wann wirst du das denn hochladen wollen? Weil, ich würd's morgen so gegen Mittag hochladen. Dann mach ich das doch einfach morgen, bevor ich zur Arbeit fahr. Gut. Also spätestens gegen zwölf. Das ist diesmal ohne Intro, weil die Share Factory hat mir mal alle meine Intros weggeknackt und ich muss erst mal meinen USB-Stick suchen. Ich glaub, ich hab jetzt auch eine Viertelstunde gestellt. Weiter bei der Muskete bleiben oder eine andere Waffe nehmen? Boah, mir ist das egal. Wenn wir uns auf eine Waffe einigen, dann machen wir das. Also mir ist das egal. Weißt du, was mich ein bisschen nervt? Dass mir keinen Pfeil im Bogen hat. Das wär geil. Das würde nochmal einen richtigen Kick geben. Das oder Armbrust, wär auch ganz chillig. Ja. Boah, ich hab nicht die. Nur Nahkampf. Was schwebt dir da vor? Hast du die Rohrzange? Nein, ich hab jetzt grad nur ein Messer und die Taschenlampe. Okay, dann Taschenlampenduell. Okay. Mach das doch mal. Erzähle mindestens fünf Kills durch Kopfschuss. Null. Alter. Alter. Ich schwebt den Dreck. Boah, was? Shit. Ich glaub, ein Messer wär vielleicht noch besser. Dann kann man wenigstens ausweichen. Ich nehm Messer. Wie macht man das eigentlich mit dem Ausweichen? Äh, Viereck. Also du musst den Typen mal anvisiert lassen, weißt du, und dann Viereck drücken. Ah, okay. Wenn ich jetzt unkollegial und unsozial gewesen wäre, hätte ich's ja nicht sagen müssen. Na, ich werde wahrscheinlich wieder zu doof sein, um das irgendwie zu checken, also von dem her. Da brauche ich jetzt eigentlich hin. Ich hab dich gesucht. Du wurdest mir diesmal nicht angezeigt. Das Problem ist, beim Messer können wir ja egal welches nehmen, die haben ja alle die gleiche Funktion. Ja, ich hab das kleine jetzt und das passt schon. Stich, Stich. Das klappt mir besser. Ja, Stich, Stich. Naja, ich konnte Crocodile Dundies da um die Ecke mit der Machete. Alter, Kopf ab. Joker, nein. Alter. Du bist hier, Alter, geh mal schön weg. Jetzt läuft der weg wie ein Hase. Wie in einer Minute können wir uns gerne betteln, aber nicht jetzt. Können wir immer. Wie er einfach mal die ganze Zeit davonläuft, Alter. Ich dachte das. Erst, erst Nahkampfwaffenvorstand, jetzt haben wir Nahkampfwaffen und jetzt... Ja, nee, ist klar. Bleibst du jetzt hier? Au. Alter. Ja. 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 Jetzt kommt noch mal Gruppenkuscheln, Alter. Ich habe dir das erst aus. Drei, fange die Rippen, Mann. Komm, kuscheln, komm. Warte, ich hole mir noch kurz die Panzerung, äh, nicht die Panzerung, sondern hier, Panzerung kriege ich ja eh nix, aber den Verbandsgasten. Ja. 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 Ja, anstatt... Ich war Ego. Okay, das mit dem Ego sollte ich lassen, ja. Das ist vielleicht nicht allzu prickelnd. Ich schläge dir erstmal die Fahrerscheibe ein. Was ist denn in der arme Transporter getan? Der habe ich dom angeguckt. Aha, so. Nein. Nein. Nein! Ey. Ich habe es ganz genau gesehen. Komm schon, komm schon. Da ist er. Da ist er. Ja, ja, ja! Nein! Okay. Ja! ich bin gerade ja ich darf das jetzt habe ich doch wieder ins knie ich brauche das noch verstehe das doch mein messer ist schon voller blut es ist es ist es ist nicht feierlicher das macht man steht steht heute unter strafe hauptisch total bsd hast du es bis jetzt noch nicht geschafft ja wenn du da weg rennst ja war es denn schon wieder bei dir weg oder war es immer noch vorhanden jetzt war es weg ja jetzt gerade schon als du mir noch hinterher gelaufen ist da war es da bleibst du jetzt vielleicht mal also aber das ist schon ausgeglichen auf jeden fall allzu viel häng ich dir nicht nach nur zwei kippen ja komm her da ruhe im gerichtssaal guck schon okay eine viertelstunde kann aber mit messer echt verdammt lange sein ich wollte das auf eine halbe stunde machen du musst dabei schon fast tot sein man so oft wie ich dich schon gehittert habe ich stehe jetzt ungefähr bei der hälfte an dem leben aber ich hole jetzt für einen verwandtsgasten du hast einen tortenkopf das heißt ich weiß wo du bist du willst mich doch verarschen jetzt komm her aha ha 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 double kill ha 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 zeitgleich ey geile chance jura jetzt hab ich ca ja hol ja Ey. Stell dir mal vor, ey. Team Deathmatch, ne? Unausgewogen. Dennis alleine mit der Moskete und wir beide umziehen ihn mit dem Messer. Einen von uns kann er killen, aber zwei nicht. Ja, und weicht aus und tritt mir ins Gesicht. Ja, läuft. Ja, tritt mir nicht ins Gesicht. Hauptsache, das Messer inzwischen Hals. Ich hab das mit dem Ausweiten noch nicht wirklich drin, aber das krieg ich schon noch raus. Keine Wange. Alter. Okay, okay. Das nächste Deathmatch wird definitiv mit der Pump sein. Mit der Automatik. Mit welcher Waffe? Automatischen Pump. Schopfländer. Ey. Ja, ich werd doch ewig der Padawan bleiben. Verdammter Mist. Alles klar. Alles klar. So, jetzt muss ich mir aber schnell dieses Gesundheitsdienst da holen wir sonst. Ey, da war das knapp. Das sah aus, als hätt mir in einer Sekunde dreimal ins Schienbein getreten. Bei mir sah das aus. Einmal Magen stechen, einmal voll geschiebeintreten und du hast abgehoben als Kasseljet. Ey, jetzt mal ohne Wesen. bist du gestorben. Ach so, ich leb doch schon wieder. Danke, Krankenversicherung. Ey, jetzt mal ohne Witz. Schluss. Das verdammte... Ach, hier. Au. Nein, nein. Ach, verdammte, dass du weggelaufen bist. Was war das gerade? Was war das denn? Bitte. Ja, komm her. Komm zu mir. Ne, jetzt will ich auch nicht mehr. Ey, jetzt war... Ich kann nichts dafür. Ich hab's mir nicht ausgesucht. Nur für das Töten des besten Spiels kriegt man halt BST. Es tut mir leid. Müssen wir mal abschaffen. Das wäre doch zum Beispiel wieder was für ein Podcast. Ja. Ist BST gut, wenn man den stärksten Spieler ausschaltet oder nicht? Okay, teleporten tut man sich jetzt anscheinend auch. Das würde ich gerne mal in deinem Video sehen. Kannst du sehen, definitiv, weil erst warst du an der Wand gestanden und kurz danach bist du bei mir und stiegst 50 Mal auf mich ein. Ich bin ausgewichen. Tabanskasten, ich brauche euch. Schnell. Nein. Auf, wobei laufen. Ja. Ich bin ausgewichen. Man sieht's im Video. Und jetzt auf einmal zählt's nicht. Hä? Und so, so richtig so. Nein, ich werd nicht, ich werd nicht schallzett. Nein. und spiel mit deinem Komm her, Schauke. Schau mal, ob du Blut hast. Au. Au. Ha. Au. Au. Okay, das mit dem Ausweichen funktioniert erscheinend nicht immer. Eine Niederlagenserie, da freut man sich doch. Richtig. Immerhin eine Serie. Wie einfach mal keiner von beiden trifft. Wie einmal angesnickt kommt, zweimal zu stechen, mich killt und wieder wegrennt. Ja, ich muss ja schnell zum anderen sporen. Ja. Ja. Ich wär aber auch schon fast draufgegangen wahrscheinlich. Der nächste oder der nächste Stecher hat mich, hätte mich gekillt, ja. Ich kann halt nichts dafür, ich bin ja so ein richtiger Stecher. Nein. Ach. Das ist eigentlich mein Ziel in dem. Genau so wie vorhin. Doppelt so viele Kids wie Tote. Ja, also ich würd jetzt ganz gerne bei 20 zu 10 würde ich jetzt so stehen bleiben. All in. wie es mich einfach beim Ausweichen noch trifft. Wisst du, du hast das jetzt drin? Äh, 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 äh? Leider mehr Kills als Tode. Hast du? Mag sein. Nein. 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 Ich hab da euch die Therapie noch gekriegt. Und dann gibt's Menschen, die schaffen es nur... Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.